Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Nick auf Legends mit Ops und Freunde. Mit dabei ist die Sturkopf. Guten Tag. Und die Ria. Hi. Und die Nemesis. Komm Jan, sei nicht so. Okay, der Nemesis. Ja, ja, guten Tag. Ja, und die Link. Macht auch nicht mit. Der Link natürlich. Sowohl. Mann, Mann, Mann. Nein, wir haben den Duolain. Oh Gott, ich hab oft kein Spiel auf der Toplane. Du hast den Older Frother. Auf der Toplane? Okay. Ja. Warum hat er auf Mordekaiser mit Subtiteln vorgeschlagen? Ganz ehrlich. Ich spiel nicht Support. Wieso sollte ich mir das kaufen? Welches denn? Relic Shield. Ja, Relic Shield kannst du halt auf der Duolain trotzdem, um gut zu sustainen. Ich meine, du bist halt ein Nahkämpfer am Anfang, ne? Ja, soll ich es mir kaufen oder nicht? Könntest du schon machen. Ihr wolltet es nicht machen, ja? Mordekaiser auch nicht, ja? Ich habe Mordekaiser noch nie gespielt seit dem Rework. Dann kaufe ich es mir nicht. Aber es hat halt durchaus seinen Sinn. Egal. Ihr wolltet es echt machen. Was? Mordekaiser ist ein ADC, mein Gott. Okay. Ja, das Exhaust war ein bisschen früh vielleicht, aber... 50 Sekunden bis zum Erscheinen der Wahrheit. Quatsch. Ich bin nicht mehr anwesend, ne? Ich bin gerade noch in der Base. Was macht ihr da oben? Das leckt so bei mir. Aber du bist nur Flash. Bittis ist ja auch tot. Ich bin tot. Also erst den Druck nehmen und dann wegholen. Ich bin tot? Nein, ich lebe. Ich habe kein Flash mehr. Na gut. Ich hätte vielleicht runter-moven können, oder? Ich war gerade auf der Top-Land. Hast du das Schild vielleicht zur Frag-Weiß-Store? Ja, natürlich. Gut. Ich habe auf den Top-Land geschaut. Ich habe nicht geschaut, was passiert. Top-Land ist lustig. Es leckt ein bisschen. Ich muss den downen und anhalten. Danke. Reicht auch. Ich habe keine Lust. Dann kann ich auch Top-Con. Wieso? Nervt mich ja unten jetzt schon mal. Ich bin langsam. Ich bin Arsch langsam. Wir wurden gerade schon quasi invaded. Wir wurden invaded, aber es ist nichts groß passiert. Oh ja, es leckt daneben. Geht wohl drauf. Komme. Es leckt einfach so, wie Hölle. Echt? Wir haben doch Tam hier unten. Ich muss den downen und anhalten. Ich kann so nicht spielen. Nein. Dann können wir aber nicht. Ah, easy. Ich weiß schon, dass du es da noch installieren musst. Das dauert auch noch eine Stunde. Dann müssen wir doch jetzt das nächste Woche an. Ich fahre. Lass da einfach weiterlaufen, passt schon. Nein, da kann ich nicht spielen. Das kannst du vergessen. Ja und? Egal. Leute, hast du genug. Link stirbt gleich. Ich will trotzdem bleiben. Ich spiele doch nicht einfach nur, weil ich hier verlieren will. Ich bin... Ich schnaufe. Ich bin... Ich bin... Ich sterben. Boah, ich hab so wenig Leben, das ist so. Und genau deswegen... Ich hab die letzte Mal Relic genommen. Damit kannst du dich immer nochmal heilen. Ja. Ja. Au. Sehr gut. Läuft ja gleich, ne? Ja. Du sagst, ich will noch oben kommen. Ich hab zu wenig Leben am Anfang, das ist schrecklich. Mal irgendwer gucken, welche Keys zum Mastery ich mithabe. Da haben wir jetzt. Ich hab grad noch 500 Leben. Ich hab grad noch 500 Leben. Hast du den da oben gerade gekillt? Ja, nice. Ja. Wenn ich dann irgendwann mal ein hohes Level hab, dann kann ich 0-10 stehen und mal schaden. Nice. Ah, er probiert. Der hat er. Ja, aber der MF zu fliegen macht gerade Spaß. Hätte gerade halt fast den K6 bekommen, aber dann hat der weggeflasht und dann mit seinem Downjump ist er dann weggekommen. Is no Ignite? The fuck? Okay. Ja, brauchst du viel fürs. Nur gegen den verlierst du schon nicht, bitte. Erstmal Druck machen. Danke, jetzt hast du... Heute krieg ich keine Farben mehr, ey. Jetzt komme ich mit. Kannst du irgendwie dafür sorgen, dass er seinen Sprung raus hat? Na, warte. Gott ist nicht mehr da. Ja, das wird voll klar. Die haben nur Angst vor mir. Schwierig, schwierig. Bei dem Freiburg-Geschrei, was du da losgelassen hast, dass du gestorben bist, hätte ich auch Angst. Ah, schon will ich mir da. Olaf. Mach ich doch. Wird sagen. Hanne. Hab ich was verpasst? Ja, die haben jetzt auch noch einen Journal dabei. Oh, der spielt ja einer Troll oben. Weißt du, dass du neben mir stehen solltest, wenn die dann kommen, weil ich die Weh auf dir hab? Du weißt? Lass mich nur verraten, dass ich hier stehe. Du weißt. Nein, das sehen die Ausbusch raus nicht. Fizz kommt eventuell Richtung Board Lane. Nein, tut er nicht. Er hat nur gewordert. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin gleich tot. Ist kein Jump gerade. Aber ich hab auch weder Leben noch Mana, also... Ich kann übrigens Morde kasten. Ich wollte es nur mal gesappt haben. Ja, Link. Wir üben das denn jetzt, okay? Ich bote jetzt nach oben. Und das meine ich ernst, Link. Link, du musst unbedingt mal ADC lernen. Hätte ich das gewusst, hättest du Support-Dag-Rolle machen können. Wir zur Rückkehr haben einen schlechten Support. Wir sorgen wenigstens noch einen guten Support. Support OP. Ich hab voll die Idee. Geh doch mal zu MF hin. Nein. Der macht Aua. Nein, nein. Quatsch. Verwalt ich Ultiab für mich runter. Oder eventuell schon früher. Aber jetzt gerade nicht, weil Link jetzt gerade viel zu lau ist. Zeit ich mit Essen kann mich aufs Spiel konzentrieren. Fiss. Fisch. Bitte bitte auf meine Mitte zu fielen. Aber das war nicht ihre Absicht. Da ist er. Da ist er. Jetzt bin ich richtig am Arsch. Wieso? Weil er jetzt zwei Kills hat. Maybe. Der zwei Kills? Zwei Kills. Kann die Schmerzen werden für mich. Ja, er ist auch gestorben. Ja, er ist auch gestorben. Wenn du jetzt genug farmst, du hast auch ordentlich mehr Farben als er. Oder so. Ja, mal gucken. Ach, jetzt renne ich wieder nach unten. Ich wollte eigentlich nach oben laufen. So. Ich habe die alle drei da unten mal gekillt, ne? Ja. Ich habe mir das Relic-Shield gekauft. Einfach nur, damit ich ein paar Leben habe. Aber keiner das ist dafür gekriegt. Das war doch. Na doch. Bei den ersten zwei schon. Jetzt hat dein Relic-Shield gekauft. Ich bin auch schon auf Stufe 2. Ich bin... ... verrückt auf dich. Ich habe mir erzählt, das nützt dir nur, wenn jemand dabei steht. Was? Ich will Relic-Shield. Ja, ich weiß. Ich glaube, das hat er schon mal mitbekommen. Mein Stolz. Ah! Der für mich? Das ist aber nett. Machst du denn da oben aber ganz schön Shard, ey. Ich war nur... Ich habe nur halbes Leben gehabt, als er wieder kam. Ist voll live. Ja, du bist halt ne... Quinn. Richtig? Also sehr. Vor allem gegen sowas, was überhaupt keinen Gap-Closer hat. Außer seiner Ulti. Und dann hast du deine Ulti und... Oder beziehungsweise... Du hattest deine Ulti. Und ansonsten kannst du ihn einfach zurückknocken. Und dann ist gut. Hast du noch einen Blind King, eine Attack-Speed-Champion? Ich habe auch fast so viel Farm wie die MF. Das ist alles super. Ich mache meinen Pin kaputt! Du was! Ich kann auch mal ein Schild. Ja. Er schildet dich übrigens, nicht nur mich. Aber wenn wir nebeneinander stehen, kriege ich Schaden. Aber wenn wir nebeneinander stehen, kriege ich Schaden. Und dann... So, der ist unten drauf. Okay, ja gut. Dann hol ich mir gleich ein Lapper. Ist das ein Lass? Ja, für die Spot-Lane. Passt auf. Die Zaun zu... Hier. Die wollen Tower-Diven. Sollen wir machen? Sollen wir machen? Meine Ultimate ist ready. Soll ich runter-moven? Wäre vielleicht ganz freundlich, aber ich weiß nicht, ob es zu spät ist. Ich hab halt null Movement Speed, ne? Also wirklich null Movement. Ja, push einfach weiter. Push weiter. Jetzt seh... Jetzt wäre es eh zu spät. Geh weg, du blöder Frosch! Ja, und jetzt geht's los. Bitte gebt ihm nicht die Kills. Bitte gebt die MF. Und das ist so, bitte gebt die Kills. Ja, er hat kein Ignat mehr. Ja, das bringt mir auch nix. Ach, er hat das aber auch witzig. Gebt ihm nicht die Kills. Ja, keine Ahnung. Machen wir mal. Was sollen wir denn gegen vier Leute bitte machen? Weiß ich nicht. Vier MF. Nein, keine Ahnung. Das ist halt... Ich bin klar dran. Ach ja. Gib mir einen ADC und ich hätte ihn gecarried. Na. Ich brauchst du nicht dazu noch Flash, sorry. Ja, ich wollte Flash auto-attacken. Ne, alles gut. Wollte ihn dir extra lassen. Ich mach ne ganze Menge Damage. Ich war aber low. Naja, in dem MF hat er das 2 Kills. Oder wie sie er darf. Bleib geportet. Niiiice! Ich hab Ulti. Wissen Sie, ob da unten drinnen ein Wort steht? Nein, steht keiner. Okay. Ich glaub, es war noch keine Ult wieder, aber... ... ... ... ... ... ... ... Naja, gut, ich hab sie schon mal Half-Life gehauen für euch. Äh, ich mach mal... Mach ich Drake? Äh, ich mach Solo Drake, scheiß drauf. Ich komm mal auf die Seite, da hab ich Drake. Äh, mach's nicht so oft für dich, ne? Kann sein, dass du besser aus der Mitte kommst. Ja, stimmt, du kannst deine Ulti machen. Ja, genau deshalb. Dann hast du schon mit ihm. Jetzt hab ich mein Ulti drauf. Also, dann nimm den mit. Nimm den mit und Outdoor attackst die ganze Zeit die... Ja, ich weiß, ich muss Alt gedrückt halten. Der Fisch pusht. Und ist jetzt Miss? Outdoor attack der MF, nicht den... nicht den Fisch. Das ist ein Katzenwels. Ja, das ist ein Fisch. Stimmt. Überzeugt. Mein, äh, biologisches Verständnis ist nicht wirklich, ähm, abgeprägt. Loll, der hat auch ne Q, ne E und ne W. Ja, attack wie gesagt, die MF nicht. Ach, der hat meine Q EW. Ich weiß, dass ich dann gleich schon mal hier oben muss. Weil du hast mega viel Damage mit dir drauf. Ja, ich weiß, ich hab's gemacht. Guck mal ihre Leben an. Ja, aber du hast ja nur einmal geoutet. Nein, ich hab sie die ganze Zeit geoutetagt. Nur wenn sie aus meiner Range raus ist... Ja, aber ich hab halt der Maximum Range. Wenn ich nicht rankomme, kann ich nichts machen. Aber ich hab der Fall sie schon grad eben Half-Life gezogen. Wenn das der ganze Damage war, dann hast du... Der Fizz ist verdammt scheiße. Ja, weiß. Ach, pfff. Dann schreckt er jetzt durch den Minion durch, ne? Sonst hätt ich ihn jetzt geöchelt. Ich komm runter, komm runter. Der hat gerade Ulti und alles auf mich gemacht. Und ich hab nicht mehr großartig Liebe verloren. Ja, ich hab's gesehen, dass er die Ulti auf dich eingesetzt... ...hatte. Ich komm in die Mitte. Kann sich so laufen bleiben, oder? Vielleicht bin ich einfach nur ein Naturtalent mit Oriana, keine Ahnung. Achtung, kurz rand. Wieso gehst du da jetzt mit lauer HP nochmal hin? Kannst du mir das mal erklären? Weil ich in deinem Ulti noch stehen wollte wenigstens auf Rand. Aber dann war das schon vorbei. Das ist normal, gewöhnlich dran. Er geht immer nochmal zurück. Er lebt ziemlich... Er lebt ziemlich am Limit in diesem Spiel. Er lebt überm Limit. Top Miss. Ähm, da kommt was mit, aber ja? Ja. Botline kommt runter, die Botline kommt hoch. SS. Finde einen Weg. Ich hab kein Mana. Ja, du kriegst schlecht an Blubber. Ja, ich steh für ein Schnäu. Bei sechs Kills im Team. Nein, nein, das ist Apex. Stattdass du mir ein Schild gibst. Nei.. Die könnten runterkommen gleich bis auf der Unten. Ja, das ist nicht. Okay, Olaf hat gerade geboardet. Wir sind da und da. Alex, ich komme von hinten hoch, aber der Olaf verpisst sich. Oh, da ist er. Jetzt können wir hin. Jetzt hab ich mein Kriegier. Ja gut, hat Ulti raus. Hunden! Ich bin einfach übel overleveled einfach, weil ich zu viel Farmer habe. Weiß nicht, kannst du ihn rauspushen lassen? Nee, mach er jetzt nicht. Du weißt, was er damit ist. Ja, der ist diskret, ne? Ja, ich werde gleich mit Tower Dives ein bisschen. Good job. Dann geh doch da. Ja, okay, gut. Jetzt ist... Du hast zumindest die Ulti von der MF unterbrochen. Die MF kann Jan sicher zahlen. Nein, kann er ja nicht, weil er zu blöd ist. Okay, dann nicht. Doch, keiner trotzdem noch. Behalten Sie im Auge! Bild! Hochknocken! Nice! Man muss den Leuten nur sagen, was sie zu tun haben. Das wusste ich auch vorher schon. Ich weiß, ich weiß, aber... Sag mal lieber dem Link, was der zu tun hat. Ja, aber der ist lernresistent. Ja, ne? Ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe. Hey! Hochknocken! Genau in dem Moment passiert das. Ja, gut. Nein, ich verliere meinen Kanal Minion. Er hat zwar schon lange keine Jannah mehr gespielt, aber... Er bleibt im Blut. Aber funktioniert auch genauso wie vorher, ne? Funktioniert wie vorher, ja. Immer schön am Tower rum. Den lässt du da stehen! Den lässt du... Meins. Jetzt weißt du, warum ich dir nicht helfe. Ich würde dir lieber selber. Ja, du hättest dich unter ihm stehen bleiben dürfen. Ja, was soll ich denn machen? Weggehen unter ihm. Ja? Wie denn? Wie denn? Ich hab' recht gelegt. Ja, der hat meine scheiß-ultige Dodge mit seinem E. Ey, sonst wäre er tot gewesen. Olaf ist weg. Hallo? Ich hätte nicht dran gedacht, dass wir seinen scheiß eh noch als sie wegspringen. Wir sind zu dritt, ne? Mach die doch fertig. Wir sind zu dritt. Ich will schon gucken, was der Jungler macht. Ich geh' dann mal. Ach, da ist der Jungler. Ja, ich hab's nicht gesehen. Ich hab' dann noch zum Buch. Gut. Der Dings hat kein Ignat mehr. Der Tom Cange. Ja, der Fäsch. Du mach' was, Link. Ja, weglaufen. Ja, weglaufen. Also ich mein' jetzt nicht sterben oder so, sondern... Du hast nicht gedacht, was ich machen soll. Du hast nicht gedacht, was ich machen soll. Deswegen sage ich's ja vorsichtshalber nochmal. Ich komme gleich wieder runter, sobald ich lebe. Pass auf, der Tower ist gleich weg und dann kommen die drauf. Weg da. Ja. Oh, Fizz kommt zu mir hoch. Ja, der kommt top. Ich bin ja auf dem Weg nach unten, ne? Hm? Olems? Ja. Baff. Alex, ich komme jetzt nicht mit hoch. Ich pushe den Tower. Ja, ja. Alles gut. Der Gegner wurde getötet. Oder ob es grad auf dem Weg hin wird, äh... Los, meine kaputt den blöden Frosch. Ich top weg. Der hat sein Ulti raus, voll verharsimmelt. Der Fizz? Der Fizz, ja. Fizz. Ich seh noch nicht, dass er wieder unten auftaucht. Dann ist er noch hier oben. Ah, hier ist ein Globauf für mich. Kann ich den haben, dann krieb ich dir gleich wieder den Gegner. Oder so. Du weißt unseren, aber ja. Äh... Ja. Dann ist der Blue von uns auch gleich wieder. So, ich hab zwar immer noch... Naja. Dreiviertel der Gehls, aber nein. Oh nein. Warte, ich bin das warm. Ne, ich bin gar nicht. Zwei Drittel. Loi, wie kurz hält der drauf? Ja. Ja. Sorry, war gar nicht schön. Kommt denn schon wieder her? Nein! Ich hätte den anderen fast getötet. Wieder von der MF weggegriffen. Der kommt sogar noch bis dritt an. Ja. Als hätten sie... Die haben richtig Angst vor mir hier oben, glaub ich. Und richtig. Ja, also da haben wir doch unsere Idee. Jetzt kommt das als Ess. Ja. Da hab ich auf meine Länge geguckt und so. Könnt ihr mir mal top helfen? Wir sind zur dritte auf meinem Tor. Okay, Frosch ist da. Und im Moment, ich komme auch. Das Todesgeweiht, ne? Ja, ich bin auf dem Weg über den River. Oh, und sauber. Hast du eine Fistricht eingegeben. Ja. Eine ganze Menge damit. Ich hab halt auch... Setz mal ein Wort irgendwo oben, dann komm ich auch gleich wieder hoch. Äh, ich hab kein Wort ab. Ja, fünf Sekunden. Fünf Sekunden. Okay. Wann sie durch den Blumen? Dann nehm ich einen Minion jetzt. Die du einfach beide Kills kriegst, Lill. Ja. Ich hab den einen auch gekillt, natürlich. Doch, weil mein eine Roti noch drauf war. Ja, der Blüger hat so, hä? Hä? What? Okay, what's happened? Alles gut. So. Base. Oh, Base ist aber einer. Mein Lou Dance kaufen. Wie nicht immer wegläuft. Mehr Damage oder ein bisschen fankiger? Hm, bei unserem Team... Ja, mehr Damage. Okay. Die gehen mit. Wortein geht mit. Dann wegbleiben. Hast du Ulti? Nee, ne? In zehn Sekunden. Ja. Bin auch da. Ha! Guten Tag, die Camper. Ich komm auch mal zur Mitte, wa? Gejuckt. Jetzt hab ich Ulti. Adler, Flieg und Sieg. Uuuuuh. Hi. Hallo, Adler. Hallo, Adler. Hallo, Adler. Ich komm nicht hinterher. Ja, jawoll. So. Hab ja gedacht, das könnte man mal machen. Könnte man. Link ist auch schon da. Ich geh mal dem Fizzbrot. Link. Weg von meinem Farm. Ich brauch auch ein bisschen Farm. Ich muss mal die MF irgendwie einholen. Ich hab nur die Hälfte von ihrem Farm. Hm, ich hab andere 64. Wo will der denn hin? Der wurde weg, hast du es gesehen. Ah, ja. Konferenz. Gar nicht. Ah, komm schon vorbei. K6. Der hat so viel Angst. Hat der auch. Weil er weiß, dass ich ihn nicht. Ich geh weg. Ich geh weg. Ja, mach das. Ja, mach das. Ich geh auch bei jetzt mit mir ein neues BF-Bot drauf. Das alte ist so schmutzig. Echt mal. Und so viel Blut dran, ne? Ja. Es ist Blut. Ne. Wir haben aber auch nur 3 ist das. Ist ja noch nicht so wild. Ich hab 4. Ich hab halt 50. Ich hab halt 50 Farm mehr als der frische Frosch hier oben. Wer ist ein Frosch? Ich hab mehr Farm als ihr alle. Ich hab mehr Kills als ihr alle. Ich hätte jetzt ne schöne 4 Mann ohne die hinlegen können, aber es war grad irgendwie sinnlos, weil keiner da war. Ja. Ja, ich war nicht ganz. Ich hatte meine Ulti noch kurz auf Krüger. Ansonsten. Wollte ich jetzt oder was? Ja. Ich seh es. Ich schlaf sie mal kurz aus. Ich hab keinen Ignite gehabt. Ich habe jetzt wieder Ignite. Sicher, dass sie in der Wiener waren? Erkenn ich ja, dass der Ulti anguckt wie auf der Bot. Ich hab einfach alles rausgehauen, was ich hätte. Oh shit. Da siehst du es auch nach oben. Oh shit. Oh shit. Ja gut, du bist sowieso tot. Jetzt hätte ich Sprung wieder gehabt, verdammt. Link check her. Ach ja. Ich war zu lange am Torwart dran. Ich wollte den unbedingt machen, aber... Na ja. Ich gehe langsam durch und drücken. Aber auch nicht. Sie wurden einfach nur durch die Gegend. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Meine Mütter. Wird zurück geslowpusht, aber das passt schon. Geh mir mal meinen Bloop aufholen, ne? Mach das. Äh, kann jemand Dragon warden? Jo. Oder Sturig ist er? Ist schon. So. Ist schon. Jetzt kann es sein. Oh, da ist der Elf. Ich renne lieber weg. Ich geh ganz schwer nicht zu dir unter den Tower. Wieso? Ist doch nur ein Tower. Hab den nicht so. Der arme Fiss. Ist da? Guck. Wer war denn? Ich bin da. Da. Lass dich nur nicht anlecken. Da. Äh. Drake. Okay. Drake. Da. Ja. Lassen wir noch was vom Drake üblich? Nein. Doch. Wahrscheinlich nicht. Ist das ein Ulti oder was? Ja. Komm. Komm. Kannst. 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 Ja dann hauen oder? Mach ich doch. Ah dieser scheiß Ulti. Kommt nicht zu. Bleiben den. Ich versuche nicht zu bleiben. Ich hab nicht geblieben aber. Ich hab auch nicht zu heilen jetzt hier. Doch. Wieso krieg ich eigentlich immer die Eckenheitser ab? Versteh ich nicht. Ah ne. Halt ich. Ja. Mhm. Okay. Gut. Hab gerade ein Disconnect. Tauerlein. Tauerlein. Oh ich bin neu. Tauerlein war die Idee bevor ich den anderen sag. Und mit denen das gleiche. Mein Tam Kanch ist tot. Hier trappen, trappen, trappen. Ich versuche da mal zu reconnecten, gerade läuft's nicht ganz so gut. Ich mach auch in den Botfarben, ne? Ja, bitte. Ich will diese Misfortune. Ah, jetzt, jetzt bin ich am Laden. Bist du, dein ADC ist da, dein richtiger, wahrer ADC. Ich bin so happy. Eigentlich bin ich hier der ADC. Ich bin so happy. Ist hier ein Tower noch? Ja. Ich bin APC. Ich eigentlich auch, also. Ich baue ja nicht auf AD, ich baue ja auf AP. Oh, ich denke mal hin kurz. Oh, da kommen ja noch mehr. Geh weg! Tower machen, Tower machen, Tower machen, Tower machen, Tower machen. Es kommt Gott. Hast du TP ab, Brother? Was? Hast du TP? Ja, wieso? Wegen Topland. Wobei, ich mach das schon. Mach das schon. Okay. Ich hab gerade gegen eine Ulti angeheilt. Der Fisch ist da nicht mit der Ulti. Ich nehme mal was von meiner Mitte. Ich bin auch auf weg. Ich bin auch auf weg. Ich habe Mori-Boost. Das war, glaube ich, eine gute Entscheidung. Wie Mori-Mori-Mori-Mori-Mori-Mori-Mori-Mori-Mori-Mori-Mori. Mit irgendwas zu heilen, Krabi oder sowas? Äh, wer? K6. Ich wollt wissen, ob Urlaub da noch irgendwo steht. Klub K6 macht mich fertig. Ja, vor allem momentan mit dem Leben. Ja. Aber jetzt bin ich gleich voll. Ich hab jetzt. Ich hab jetzt. Ich hab jetzt. Ich hab jetzt. Ich hab jetzt den Job erfüllt. Ah, guck mal, mal nebenher. Ah. Da guck mal. Mal nebenher, gleich. Ah. Ah. Ich hab gest solo. Ah. Ah, ah. Ich hab heute getreut. Ah, ah, ah. Was denn? Was? Das war schneiderlofen. Ich kann noch nicht laufen. Fliegenlaufen. Kameras. Ich kann auch nicht laufen. Ah, du musst ein throwart. Ich bleib. Ja, ich hab mal los. Auf 500 Gold. Ich hab 3200, ich muss mal einkaufen, ich glaube. Ich war gerade shoppen für 2600. Ich bin shoppen, tschüss. Lass den Tower nochmal. Ach gut. Ich hab 3,2 Leute eingetraubt. Dann lass den nächsten auch noch machen, wenn wir schon einen Tower gemacht haben. Alex, krieg ich gleich den Gloob von... Äh, nicht Alex, Jan, so. Aber ja, ich nehme mir unseren. Jetzt lass ich's gehen. Komm, Link, lass mal noch da. Glaube ich hab'n Disconnect. Irgendwie Lache. Ja, da kommt der Lache. Der nicht tot, oder? Ja, der ist tot. Ja, der ist tot. Du bist ziemlich tot. Tollin! Wurde eigentlich weggehen, aber irgendwie... Ich troll die noch ein bisschen. Uh, trollololololol! Hey! Oh, lol! Re-reconnected wieder automatisch, nachdem ich ein Disconnect hatte. Nein! Äh, kommt immer drauf an, irgendwie was für eine Art von Disconnect. Ja, bei mir war's gerade auch so, dass es nicht connectiert hat. Ich musste automatisch, äh, musste selber wieder machen. Okay. Ich bin automatisch wieder reconnected. So, komm mal hier das Ding. Ja, bei ganz kurzem, wenn du nur so ganz kurzem DC hast, dann geht das auch. Aber wenn du wirklich einmal komplett raus bist, das du wirklich auch im TS oder so austimest, oder, äh... Bin ich ja normalerweise nie. Ich hab'n nur in LoL Disconnect. Oder im TS kurzem DC hast. Dann musst du neu starten. Ja, log mal schneller! Oh, Sprung ist raus! Fiss! Das ist aber schade, ich bin ein bisschen schneller als du. Ja, aber jetzt bin ich. Ja. Aber du bist auch noch da. Du bist eine Korea. Du bist der erste. Ja, mach fertig! Der frisst mich einfach, der kleine Miese. Boah! Schön! Nummer 5! Damage, nur mit der Ulti und einem E. Äh, einem Auto-Tech. Ulti die! Ah! Ulti die! Ich weiß, aber kurz bevor ich sie töte, der... Ja, die Ulti hält mir ganz so weiter. Nein, sie hat... Die Ulti hält mir ganz so weiter. Hast du Spiegelgelgel, siehste? Du hast sie gar nicht geholfen. Eben! Doch, ich hab... Nein! Nein! Weil sie gerade in dem Moment ins Gebüsch gegangen ist, ist deine Vision weg gewesen, dann hätte der Channel abgebrochen. Ach, scheiße! Richtig! Geh gleich bottom! Ich bin schneller da. Okay. Dann warte ich ein bisschen Gold. Ja. Ach ne, dann nicht. Ja, ich muss erst respawn. Respawn. Ah... 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 Der Großen habe ich gekriegt, es hat gereicht. Ich wollte nur schneller da sein. Ich hätte auch Flasht, wenn ich Flasht gehabt hätte, aber... ...hätte ich nicht. Na, Link hat Spaß. Ja. Vielleicht erst mal über den den hier? Ja! Das hat mir grad... ...doch nichts Leben geraten. Hätte dieser scheiß Zunge mir nicht mehr erreicht. So langsam bringe ich jetzt auch Schaden. Langsam. Langsam aber nicht. Sollte ich mir auch mal bauen jetzt langsam hier. Oh, es sind ja so viele! Oh, das gibt's ja nicht. Oh, da ist noch einer. Ja... Ja, da ist noch einer. Oh nein! Juhuhuhuhu! Rausrufen! Das war im ganzen Grund. Muss das sein. Wo willst du jetzt hin? Wo willst du hin? Irgendwie gilt noch. Ach, scheiße. Ich wollte noch auf den Kha'Zix. Das war halt richtig ungünstig, dass Düring genau in der Willi sich von der Geräusche fand, wo ich den Kha'Zix hätte angesprungen. Tja... Passiert manchmal, ne? Ja, klar. Kommt, aber ich gehe halt den Kha'Zix locker gehen. Ich jungle mal weiter, ne? Lauf dir nach unten da! Alter, einfach bad luck timing. Ne, ich will, dass du noch weiterläufst. Jetzt komm mir doch endlich entgegen. Ich kann ihn locker töten. Nein! Ich will ihn aber nicht. Ich bin mit dem jetzt noch ein bisschen im Kreis weg. Jetzt bist du tot deshalb. Oh, anlecken lassen. Komme, Link. Er hat dich gefressen. Jetzt haben wir nicht so lange mit dir rumgespielt. Ja. Mit seinem Essen spielt man auch nicht. Nee! Was? Nee. Ich hab dir grad den... Ich durche grad den Arsch gerettet. Ja, danke schon. Ja, alleine kann ich gegenseitig machen. Oh, aufgegeben! Ohhhh! Ja, da hab ich mal das Spiel. Guck mal, Alter. Ich hab kein Kha'Zix hinter mir. Ich hab immer noch die Hälfte der Kha'Zix von unserem Team. Easy! Am Anfang! Tschüss! Tschüss! Oda śpiewa całkę. Haha.